Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist Peter Maffay, der jetzt gerade Song spielt. Wir können am besten mal mit Gratulationen anfangen. Heute ist Freitag, heute kommen die ganzen Listen raus von Media Control. Wer ganz oben steht, wer die meisten CDs verkauft hat in der letzten Woche und wer steht da? Peter Maffay. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Jetzt kommen wir zur absoluten Premiere. Peter Maffay singt einen von Dieter Bohlen geschriebene Song. 2, 3, you're my heart, you're my soul, I keep the shining everywhere I go, you're my heart. Oh Peter, you're my soul, I'll be holding you forever, stay with me forever. Sachsen an, hausbester Musikmix. I need your walken. I need your walken. Untertitelung des ZDF, 2020